Hi, mein Name ist Viktoria und ich bin gerade erst 18 geworden und ich werde diesen Geburtstag niemals vergessen. Ich habe ein Geschenk bekommen, das ich mir niemals erträumt hätte. Glaubt mir, es war eine mega Überraschung. Wollt ihr wissen, was mir passiert ist? Dann abonniert den Kanal und ich erzähle euch meine Geschichte. Alle meine bisherigen Geburtstage waren nicht so denkwürdig. Normalerweise gab es dann immer ein Geburtstagsessen und ich habe Geschenke bekommen. Manchmal würden meine Freunde vorbeikommen und ich würde eine Party schmeißen. Aber ich wollte immer schon mal etwas Ungewöhnliches, Großartiges. Irgendeine Überraschung. Kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich meinen Bruder Liam von meinem Wunsch erzählt. Er hat mir zugehört und dann gesagt, dass er sich etwas ausdenken würde. Liam stand auf cooler Autos. Er hatte sogar selbst drei Stück, an denen er ständig in der Garage herumgebastelt hatte. Eine Woche vor meinem Geburtstag hat er sich darin eingeschlossen und angefangen, irgendwas zu bauen. Ich konnte das Klappern von Werkzeugen hören und Funken vom Elektroschweißen sehen. Ich wollte sehen, was er darin tat, aber Liam wollte mich nicht reinlassen und sagte, es sei eine Überraschung. Und schließlich stand mein Geburtstag vor der Tür. Am Morgen gratulierten mir meine Eltern und gaben mir Geschenke. Mein Bruder sagte, es würde ein ganz besonderes Geschenk auf mich warten. Er fuhr ein wirklich cooles Auto aus der Garage. Es war ein Sportwagen. Liam sagte, er hätte es sicherer gemacht und den kraftvollsten Motor eingebaut. Steig ein, das wird das coolste Rennen deines Lebens, sagte er. Ich hatte ein bisschen Angst, habe mich dann aber doch in den Beifahrersitz gesetzt und mich angeschnallt. So ein Geschenk hatte ich überhaupt nicht erwartet. Liam startete den Wagen und ich konnte den Motor dröhnen hören. Wir winkten meinen Eltern zu und fuhren auf die Straße raus. Zunächst lief alles gut. Wir fuhren die Straße entlang und hielten an all den Ampeln an. Liam sagte, der Spaß würde etwas später anfangen, wenn wir außerhalb der Stadt waren und keine Fußgänger oder vorbeifahrende Autos im Weg waren. Und dann waren da keine Häuser am Straßenrand mehr. Wir kamen zur Straßenbahn. Los geht's, sagte mein Bruder, bevor er aufs Gaspedal trat. Ich wurde sofort in den Sitz gedrückt und mir wurde schwindelig. Wir sind so schnell gefahren, dass ich meine Augen aus Angst geschlossen habe. Liam driftete um die Kurven und das Auto rutschte wie verrückt. Es war ein absoluter Adrenalinrausch. Schließlich endete die Straße und wir fuhren auf kahlem Boden zwischen den Bäumen. Liam manövrierte geschickt an Hindernissen vorbei, ohne langsamer zu werden. Wir fuhren immer weiter. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo wir waren. Alles, was ich dort noch sehen konnte, waren Bäume. Und plötzlich, in der nächsten Kurve, bemerkte mein Bruder die Schlucht nicht. Liam drehte wild das Lenkrad herum, aber es war zu spät. Wir flogen mit voller Geschwindigkeit runter und das Auto drehte sich um. Ich schrie vor Angst. Als der Motor ausging, sah mich mein Bruder an und fragte, Ist alles okay? Ich habe ihm gesagt, er sei ein Idiot und dass er mein Geburtstag ruiniert hatte. Wir entfernten die Sicherheitsgurte und stiegen aus dem Auto aus. Mein Bruder hat versucht, es wieder umzudrehen, aber das hatte nicht funktioniert. Ich sah mich um. Da war niemand, der uns helfen konnte. Wie es aussah, steckten wir ziemlich in der Patsche. Liam sagte, dass wir zur Stadt zurücklaufen müssten. Machst du Witze? Fragte ich überrascht. Doch mein Bruder sagte, wir hätten keine andere Wahl. Wir wussten nicht mal, wo wir waren. Na, das war ja ganz toll. Ich würde in meinen Lieblingsschuhen an meinem Geburtstag durch den Wald laufen. Na, danke für das Geschenk, Bruder, sagte ich wütend und fing an, aus der Schlucht zu kriechen. Wir liefen an den Bäumen vorbei zurück. Liam versuchte, sich zu erklären und bettelte darum, dass ich ihm verzeihe. Er sagte, er habe die Kraft des Autos unterschätzt. Es war am Ende doch etwas zu kraftvoll. Doch wir würden trotzdem bald jemanden finden, der uns helfen würde, es umzudrehen und dann wäre es so gut wie neu. Wir sind wahrscheinlich ein oder zwei Stunden gelaufen. Aber da war immer noch keine Straße in Sicht. Außerdem waren da immer mehr Bäume um uns herum und wir gingen tiefer in den Wald hinein. Liam, bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung gehen? Fragte ich meinen Bruder. Er sagte, dass alles unter Kontrolle sei und wir bald zu einer Gabelung kommen würden. Doch wir liefen eine Stunde weiter und die war immer noch nirgends zu sehen. In der Zwischenzeit wurde es langsam dunkel und kalt. Liam fing an, sich Sorgen zu machen und sah sich oft um. Ich erkannte, dass wir uns wirklich verlaufen hatten. Das war ja großartig. Was für eine tolle Autofahrt. Ich war bereit, meinen blöden Bruder den Kopf abzureißen. Eine Stunde später war es völlig dunkel. Wir wussten nicht, wo wir hingehen sollten und hofften einfach darauf, dass wir ein Haus finden würden. Aber da war nichts als Bäume weit und breit. Plötzlich bemerkte Liam etwas vor uns. Viktoria Sie mal, sagte er. Ich sah näher hin und erkannte ein Feuer in der Nähe. Wir waren dort nicht alleine. Wir würden definitiv Hilfe finden. Doch sobald wir zu der Lichtung kamen, waren wir nicht mehr so optimistisch. Ein Feuer brannte in der Mitte und Sachen waren drumherum verstreut und da waren keine Menschen. Seltsam. Was ist hier bloß passiert? Es sah aus, als hätte es ja einen Kampf gegeben. Und wo waren die Menschen hin verschwunden? Plötzlich sah ich ein Handy im Gras liegen. Da war ein Bild von einem jungen Paar auf dem Display. Aufgenommen? Auf genau dieser Lichtung. Das waren Touristen. Doch wo waren sie hingegangen und was war passiert? Ich fühlte mich unwohl. Ohne auf irgendjemanden zu warten, liefen wir weiter. Wir mussten immer noch aus dem Wald raus. Es wurde kälter und gruseliger. Ich war nicht mehr wütend auf Liam. Ich wollte bloß, dass das alles so schnell wie möglich vorbei war. Nachdem wir eine Weile gelaufen waren, sahen wir plötzlich ein Haus. Da war Licht in den Fenstern, also war jemand da. Die würden uns sicher helfen. Wir gingen auf das Haus zu und klopften. Ein alter Mann als Jäger verkleidet öffnete die Tür. Als er uns sah, ließ er uns sofort rein. Wir erzählten ihm, was uns passiert war und baten ihn, jemanden um Hilfe zu rufen. Der alte Mann schnappte sich sofort sein Radio und hat dann eine Nachricht darüber ausgesendet, dass wir zwei uns in den Wäldern verlaufen haben. Das Rettungsteam wird bald hier sein. Macht euch keine Sorgen, sagt er. Ah, endlich! Ich fühlte mich schon viel besser. Es war warm und gemütlich in dem Haus. Ich entspannte und beruhigte mich sofort. Der alte Mann sagte, sein Name sei Mr. Manson und dass er ein Förster war. Während wir auf Hilfe gewartet haben, hat er uns etwas zu essen angeboten. Ich hatte furchtbaren Hunger und sagte gerne zu. Mr. Manson deckte sofort den Tisch und wir haben uns hingesetzt, um zu essen. Nach dem Abendessen ging er irgendwo hin und wir warteten alleine auf das Rettungsteam. Zeit verging. Doch irgendwie kam niemand. Findest du nicht, dass das komisch ist? Fragte ich Liam. Ja, die lassen sich Zeit, antwortete mein Bruder. Ich entschied, sie nochmal anzurufen und schnappte mir das Radio des alten Mannes. Da sah ich, was es war. Kaputt? Wie hatte er denn dann das Rettungsteam gerufen oder vielleicht hat er uns angelogen? Ich bekam Angst. Ich sah meinen Bruder an und erkannte, dass auch er Angst hatte. Was ging hier bloß vor sich? Plötzlich hörten wir gedämpfte Rufe. Sie kamen von irgendwo im hinteren Teil des Hauses. Liam und ich wollten nachsehen, woher sie kamen. Da war eine Tür im Boden des Hinterzimmers. Wir öffneten sie und fanden eine Treppe, die zum Keller führte. Bitte helft uns! Hörten wir eine Stimme da unten. Mein Bruder und ich gingen in den Keller und sahen zwei Menschen, die in ein Käfig gesperrt waren. Das konnte nicht sein. Das waren die Touristen von der Lichtung. Was ist passiert? Fragte Liam sie. Der alte Mann ist verrückt. Wir müssen fliehen. Helft uns hier rauszukommen! Sagte uns der Typ hinter den Stangen. Mir lief ein kalter Schauer den Rücken runter. Ich hatte solche Angst. Wir befanden uns in der Höhle eines Monsters. Liam versuchte, den Käfig zu öffnen, aber es hatte nicht funktioniert. Bleib sitzen! Wir werden bald Hilfe holen! Sagte er. Mein Bruder griff nach meiner Hand und wir machten uns auf den Weg aus dem Keller. Plötzlich tauchte Mr. Manson oben an der Treppe auf. Er knallte die Tür zu und wir fielen zurück nach unten. Als wir landeten, stieß ich meinen Kopf und verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, saß ich in dem Käfig im Keller. Im Käfig neben mir waren diese Leute und mein Bruder. Liam sagte, der alte Mann habe uns dort hineingebracht. Was würde jetzt mit uns passieren? Ich fing an zu weinen. Nicht weinen, Viktoria. Wir kommen hier schon raus, versicherte Liam mir. Aber wie? Fragte ich. Mein Bruder griff durch die Stangen hindurch zu einem Tisch, auf dem sich eine große Werkzeugkiste befand. Er rüttelte daran und die Kiste fiel in den Käfig, in dem ich saß. Die Werkzeuge fielen heraus auf den Boden. Schnapp dir eins und versuch das Schloss aufzubrechen, sagte mein Bruder. Ich schnappte mir einen Schraubenzieher und fing an das rostige Schloss meines Käfigs zu knacken. Ich glaubte nicht, dass ich es schaffen würde, aber das Schloss öffnete sich mit einem Klick. Ich war frei. Ich kam schnell aus dem Käfig und beeilte mich, meinen Bruder und die anderen beiden frei zu bekommen. Doch egal, wie sehr ich an dem Schloss herumstocherte, es wollte nicht aufgehen. Es war sinnlos. Viktoria, verschwinde! Du solltest abhauen und Hilfe holen, sagte Liam. Ich hatte solche Angst, aber ich konnte meinen Bruder und diese Leute nicht zurücklassen. Ich musste sie retten. Also nahm ich meinen Mut zusammen und verließ den Keller. Im Haus war alles still. Ich betrat leise den großen Raum und sah plötzlich den alten Mann. Er schlief auf der Couch. Was, wenn er aufwachte? Ich hatte solche Angst. Geräuschlos öffnete ich die Tür und rannte hinaus. Nachdem ich eine Weile gerannt war, hielt ich an. Wo sollte ich als nächstes hingehen? Ich kannte den Weg aus diesem verdammten Wald nicht. Plötzlich hörte ich schnelle Schritte. Sie kamen näher. Da sah ich den alten Mann zwischen den Bäumen. Er rannte auf mich zu. Mein Herz pochte wie verrückt und ich rannte los. Würde er mich schnappen? Ich hatte das Gefühl, ich würde so schnell rennen, wie die Autos meines Bruders fahren können. Doch nach einer Weile war ich erschöpft. Bitte nicht. Nur ein bisschen weiter. Ich rannte plötzlich auf das Flussufer zu. Wohin als nächstes? Ich sah einen Stamm, der über dem Fluss lag. Ich konnte die Schritte hinter mir hören, also sprang ich schnell auf den Stamm. Es war nicht einfach, darauf zu laufen, weil der Stamm sehr rutschig war. Ich hatte fast schon die andere Seite erreicht, als ich mit dem Fuß abrutschte und ins Wasser fiel. Als ich an der Wasseroberfläche auftauchte, schnappte ich nach Luft. Ich konnte nicht gegen die Strömung ankommen. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich erkannte, dass ich nicht länger dagegen angehen konnte. War das das Ende für mich? Ich war völlig verzweifelt, als ich plötzlich einen Ast auf meinem Weg fand. Er hing niedrig über dem Wasser und ich konnte nach ihm greifen. Ich konnte kaum meine eiskalten Hände bewegen, aber schaffte es schließlich ans Ufer. Ich fiel erschöpft aufs Gras und zitterte von der Kälte. Plötzlich hörte ich seltsame Geräusche in der Nähe. Wer ist da? Fragte ich und schaffte es nicht einmal aufzustehen. Plötzlich war der Licht an der Küste und ich sah Menschen. Sie riefen fröhlich. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Was hatte das alles zu bedeuten? Ich sah meinen Bruder unter ihnen. Liam kam auf mich zugerannt, half mir auf und wickelte mich in eine Decke. Liam, wie bist du da rausgekommen? Ich war perplex. Da sah ich, dass mehrere Autos am Strand geparkt waren. Sie erleuchteten die Küste mit ihren Scheinwerfern. Ich sah den Waldförster, das Campingpaar und meinen Bruder in der Menge. Sie alle lächelten. Was ging hier vor sich? Liam sagte, dass es Schauspieler waren und es war alles Teil seines Geburtstagsgeschenks für mich. Die Mission, die ich gerade beendet hatte. Das war alles vorher geplant gewesen. Und? Hat es dir gefallen? Fragte mein Bruder fröhlich. Ich wollte ihn am liebsten schlagen. Nach allem, was ich an diesem Tag durchgemacht habe. Aber ich hatte einfach keine Kraft mehr dazu. Jetzt zum Hauptgeschenk, sagte Liam feierlich. Alle machten Platz und ich sah dasselbe Auto, das ich vorher an dem Tag gefahren habe. An ihm war ein rotes Band mit einer großen Schleife auf dem Dach befestigt. Mein Bruder reichte mir die Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schwesterherz. Das ist jetzt dein Auto. Es war der coolste Geburtstag überhaupt. Und ich werde mich definitiv den Rest meines Lebens daran erinnern. Aber wisst ihr, was mir im Moment am wichtigsten ist? Mein listiger Bruder hat in einem Monat Geburtstag. Und ich will ihm eine Party schmeißen, die er auch nie vergessen können wird. Aber ich habe bisher noch keine Ideen. Schreibt in die Kommentare, wie kann ich mich bei Liam für das revanchieren, was er mir getan hat.